ja hallo willkommen mein name ist anielo lp und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of xilia 2 in der letzten folge haben wir ja eine kleine training session absolviert die uns irgendwie so weit gemacht hat deswegen habe ich auch spielen weitergemacht und in der folge davor haben wir voll aus dem maul bekommen von chronos so und folgendermaßen sieht jetzt die situation aus ich bin level 29 mit jeden charakter ich habe mit den alien kugeln hier natürlich wieder so weit trainiert wie sich irgendwie kurz davor wieder alles mögliche zu lernen und ja ich habe währenddessen doch ein paar sachen gelernt und zwar nur ich glaube das werde ich jetzt immer machen wo ist hier zum beispiel hier wo so ein plus ist das bedeutet ja diese attacke dann nur verstärkt wird und damit lerne ich ja eigentlich nichts neues und deswegen habe ich mir so gedacht das werde ich auch auf screen alles leveln aber so sachen die neue fähigkeiten also fertigkeiten neuer arzt und so die werde ich natürlich von screen alle lernen aber attacken und so verbessern das könnten wir ja da kann ich ja hier mein gott verspreche ich mich ja voll auf screen machen ja heiler war glaube ich schon dabei ja höhere schaden durch verbesserte arzt schaden durch verbesserte arzt kreger tp verbraucht man so war da ist ja das wäre für kann ich schon gehen soll und habe ich noch nicht aktiviert okay ich erwarte mich auch noch hätte weiter bringen können vielleicht in dem kampf hier so hat ein gericht wird meine verteidigung also als erhöhlich idiot hätte ich vielleicht auch mal irgendwie aktivieren können aber naja ich habe ehrlich gesagt schon mal den kampf versucht ich werde jetzt übrigens noch ein bisschen herumlaufen und so elementerz und zusammen damit wir noch schnell ein paar fertigkeiten und zu lernen zum beispiel ausdauer das ist zum beispiel richtig gut mehr kfee und ja ich will noch ein paar sachen sammeln und ich habe den kampf schon so ein bisschen angetestet um zu sehen ob ich eine chance gegen den typen habe und ja also ich bin jetzt nicht wieder mit 1 oder 2 stehen kaputt ich bin auch jetzt glaube ich vier level oder so stärker geworden also ja der kampf ist zwar immer noch nicht voll einfach ich habe genau natürlich noch nicht zu ende gekämpft habe irgendwie keine ahnung so ein viertel oder so von abgezogen um zu gucken wie weit ich komme und ja das sah schon mal so halbwegs gut aus also mit ein bisschen bisschen ausdauer und so welche hat schon in geschaffen hoffe ich jedenfalls oder bis dahin haben wir erstmal noch ja wohlfertigkeiten art verbessert ja sowas hier kp gewinn geschicklichkeit zwei überschreitungsverlängerung und zwar ist sehr schön ich glaube hier kann ich nichts mehr jetzt habe schon wieder längst vergessen was ich bekommen habe ja soweit ist gut ich finde dieses systeme auch richtig geil muss ich ganz ehrlich sagen er hat irgendwie so richtig was finde ich aber ich kann mit dem mal irgendwann anders lernen vielleicht feuerbogen ich möchte jetzt nicht unbedingt habe ich jetzt eigentlich geht schon sagen ob ich mit jedem hier nicht ausgerüstet ist ja richtig gut um element erz aufzuleveln finde ich weil hier sind voll viele von diesen dingern jetzt habe ich mittlerweile auch ein bisschen pech aber sonst habe ich irgendwie immer so quasi nicht 20 oder 30 ging auf einmal bekommen wir gehen noch mal zum dimension ist und dann hätte ich mal wieder oder klappt hat und hieraus auch in welchem schweiger oder sind seltener gegner aber den lassen wir jetzt erstmal ich möchte noch etwas vorbereitet in den kampf eingehen vorbereitete arbeit man schicklichkeit zweiter irgendwann kommen da fällt mir jetzt so auf ein bisschen durcheinander mit den ganzen fähigkeiten ich glaube es muss erst mal nach zwei glück gehen da bin ich städte betrete dann aber ich setze sich das alles wieder so kam mir das jedenfalls wo ich habe so vielleicht element er zu bekommen immer sechs stück war hat man nicht hier das hat der ding und zur helie borg nein ich hier man straße mein gott haben wir noch einmal hier durch rüsten uns noch ein bisschen aus aktuelle rüstung und so habe ich auch noch geholt bin ich mir jetzt nicht sicher in der art und fähigkeit alle fertigkeit mein gott wahrscheinlich verlängerung zwei kann ich mir nicht holen verdammt ich habe schon versucht in dieser einen mine wo wir auch letztens drin waren wir sind zu kämpfen aber das verdammt schwer deswegen bin ich da ein bisschen auch abstand gegangen jetzt auch da ein paar leute schon kaputt geknüppelt dauer so und hat erlernen sehr schön aber so schön zum trainieren fand ich das jetzt nicht schnell irgendwie noch zu lernen noch sonst lerne ich immer auf screen vor vier sachen zu lernen jetzt wieder nicht da könnte nicht schlecht sein das könnte nicht schlecht sein ich würde mal sagen dann gehen wir mal langsam hier zu den kampf rein ich kann bock hier fünf minuten hier zu verschwenden wohl eigentlich doch habe ich schon ich möchte den kampf auch schaffen also ich möchte nicht schon wieder voll fehlen war denn schon wieder fähigkeit gelernt war schon sagt könnte die tun übrigens voll viele dinger jetzt hier in das finde ich irgendwie nicht schön das gilt punkte also das war im ersten teil jetzt nicht so fand ich das rennen wir noch einmal durch satten möglichen element erzeiten in fertigkeiten lernt ja sobald ich hier durch spinnen muss man wirklich ein paar lang damit verbringen nur hier durch die gegend zu laufen und ganze element erzeiten zu sammeln da war voll verschwendung aber dann würde ich auch voll stark werden glaube ich so eine art erlernt hat eine fertigkeit erlernen jawohl jetzt kommt das alles sehr schön ich möchte jetzt nicht noch irgendwann kampf auslösen das wäre ein bisschen blut fertig kann erlernen sehr schön und jetzt kommen wir zum dimension unseres glaube ich mir da war noch ein bisschen ja da sind wir ja auch nicht ein bisschen gerüstet wo wir jetzt nicht sehr viel stärker geworden sind mal klein viel macht ja auch ein bisschen also warum nicht gehst du mal wieder weg ich möchte das eine dinge auch noch sammeln da ist nichts okay so dann gehen wir hier gucken uns jetzt noch die letzten fertigkeiten an wow so ganz viele dinge jetzt hier geschicklichkeit machen wir mal feuer schuld hat könnte vielleicht nützlich werden geist aufladung das ist jetzt nicht so wichtig nimmt bei der schutz geschicklichkeit man weiß nicht da werde ich jetzt nicht brauchen und ja lass mal dazu dann aktivieren wir mal gericht durch verteidigung ja das ist natürlich dieses tics genau dann spreche ich noch mal über so was noch mal gegen kronos auch wenn ich jetzt neun minuten lang nix gemacht habe aber wird schon gehen irgendwie das andere so ein ding da kann man auch noch einsammeln alles klar dann kommen wir ja video überspringen ja von der video katzen bis zum kampf gesprungen da finde ich richtig gut und ich mache natürlich erst mal die so wieviel hast du du hast nur noch so viel ok es habe 26 nehmen wir haben wir schon bin geschaffen liebesbeutel damit wirklich gar nicht auseinandersetzen nachher stimme hat im auto objekt an natürlich ich habe genug objekte so habt ihr alle jetzt alles so ganz schnell habe ich auch verbindung und so ausgeschaltet mein gott verbinden wir haben was passiert bin ich hier natürlich ist unsere heiler und toten her die wir brauchen ja da habe ich noch mal gesagt hat liegt gut als wird angetastet habe ja ich möchte gerne luca am leben haben weil er kann diese wunderbare geile verwandlung da wäre die sie umdrehen ich die ganze zeit ab werden aber gut finde ich so besser als letztes mal finde ich sagt wir haben jetzt auch finde ich du willst sowieso da ist es gibt was was ich was ist ich es ich ich und ich 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 ja ich muss sie echt einstellen aber sehr gut da habe ich auch immer so kann man ja ich habe den ich ja die mensch war und besser das war man ja ich weiß nicht was er die ganze zeit zaubert aber es geht mir auch genervt warum immer du als erstes so lehrer einer freut doch mal so heilung bitte oh man setzt drei vier zauber auf einmal das ist mir letztens kann ich auch sollte man ein bisschen so vorsichtiger kämpfen jetzt aber das mal wieder ich gehe mal über in der komm ja und irgendwie wollen sie sich alle nicht verbinden deswegen aber warum sind wir jetzt alle tot ja das wird nicht ist schon nicht so ab irgendwie so machen wir mit shoot flink umrundung und so schon so schnell wie möglich immer wieder so auto objekte an mann vom schätzen hat immer wieder aus doch auch verbinden bitte weil dann abwürdig hoffen wird ja aber auch der angebung sogar ich habe den ding zu machen macht einfach irgendwas ich habe keine ahnung was hier die ganze zeit macht es bringt was glaube ich werden schwarz kronos komat ist meine eine komplette fähig ist nicht zufällig gegen licht und so wie es gegen schusswaffen und anfällig macht nicht anfällig mal jedoch muss ich aufpassen aber was nein 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 sind wir wieder alle tot ich habe jetzt immer so war ja schon wieder vergessen warum ist denn der typ so stark so hat dinge aktiviert alles stehen ich warum der immer noch so stark ist nach so viel zauber gerade wenn man dinge braucht gerade wenn man rohn braucht oder ließ dann sind sie natürlich nicht da so jetzt kommen wir her erst mal wieder das ding ins einstellen so ich das immer noch diese kombo ein ja oh was zum teufel aber gut sauber schutz braucht ich habe dann habe ich gesprochen hat jan erl bin ich bin so beschadet Ja, alle, zauber, einmal, feuern. Was? Bleib doch mal hier. Das hat mich voll gemacht, danke. Und Tomato. Oh, ja, das ist vorbei. Oh, ja, das ist vorbei. Ah. Oh nein, Eva. Eva, Eva. Eva? Oh, ja. auch wenn man den einzelnen abflügt oder bringt das geschwächt ist ja schön war ein blut und sehr schön und er macht sehr schön ein bisschen vorsichtig aber nicht irgendwann schön von ihm bekommen wenn man ihn besiegt hat irgendwie aber kann man nicht von dem spiel oder ich kann schon irgendwie mal sehen wenn sich mit elvis verbinden ist eine richtig gute idee ja das war sehr schön was sind jetzt gerade weg oder oder? Ja, schnell. Vorsichtig. Oder wir sind jetzt zu weit gekommen. Oh nein, jetzt zocken wir nicht wieder, ne? Oder? Oder auch nicht. Komm her, mach irgendwas anderes mal. Das war halt anderes. Sehr schön. Ich glaube, dann kann man bei ihm. Oh mein Gott. Oh, verkleidiert bin ich gerade. Aua. Ja. Und beteiligen. Jude, danke. Mir war es egal. Worte wieder irgendwas, was ich verstehe. So, die Hälfte haben wir jetzt schon mal. Das ist gut. Oh man, nein. Ja, Jude kannst du sein, wenn du willst. Was? Was ist denn jetzt mit dem? Sie sind da gegen alles resistent. Willst du mich verarschen? Warte mal, ich bin Jude. Äh, Elven. Oh mein Gott, was ist das denn? Mann. Was sind das für Dinger, die da um ihn herumschließen? Muss nicht. Ah. Da weiß ich was da. Oh mein Gott. Das war voll daneben. Weil ich nie bei diesem Kombo her. ja nur eine kugel wieso wir da gegen normale sachen die kohlen kaputt haben ich weiß es nicht ich kann das noch nicht alsцы ich warte bläst warte 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 oh mein gott nein nein wir sind beide am brennen dort was zum teufel ist es ging alles jetzt geschwächt was jetzt hätte ich doch mal was macht ihr denn da das gab meyer warum er tut gar man ein elven böser elven das wird können die nicht traut wir haben jetzt das ding jetzt soll eigentlich nur lehrer wieder belegen aber jetzt hat irgendjemand item eingesetzt hat für ein kampf wir sagen wir jetzt gleich vor 36 wenn wir alle halten ich wusste es ich wusste ja den scheiß hat ging er auf einzusetzen mann zum teufel ist das leben das erfolge macht so ludga um siehst du deine knarre man hat doch jetzt mal auf alles jetzt geschwächt wird schon hat er auch ruhig ausweichen können wir bock drauf machen wir machen richtig deutschland jetzt jetzt bleibt mal bitte mehr als fünf sekunden am leben ich habe keine ahnung aber hier bin ich glaube ich in sicherheit oder ich habe diesen kombi eine rückläufe nein nicht wieder sterben nicht wieder sterben leute da habe ich keine lust jetzt komm schon fahrig jetzt das war 15.000 was wir haben unsere verbundene ding ist gleich voll sehr schön jetzt hau den kaputt oh man genau so fühle ich mich gerade auch und natürlich sind die erfahrungspunkte und die element rz die wir bekommen überhaupt nicht gerechtfertigt für diesen kampf aber ich würde sagen ich bin hier ein paar tun wir sehen was passiert nachdem wir hier kronos besiegt haben ich bedanke ich als ich für zuschauer sagt tschüss